Deutschland hat sich ein gewisser Uwe Barsche irgendwann in den späten Abends geladen in eine Badewanne gelegt hat. Und man muss sich das noch vorstellen, heute singe ich eigentlich die Uwe Barsche für einen der Christen sind ja eigentlich so aus dem Rehmann. Aber man muss auch mal überlegen, als alter TV-Juder hat sich damals in eine Badewanne gelegt und dann gegen eine Falschaussage zu sterben. Man muss sich das mal vorstellen, hätte Helmut Kohl sich in eine Badewanne gelegt, das hätte eine große Badewanne noch nie gebraucht. Und irgendwie muss man sich die Barsche hoffen, wo der Rallus Blum hier diese alle heißen Mann vorstellt, nur wegen einer Lüge sich in eine Badewanne zu legen. Also ich hätte genug überhaupt, ich würde den Badewanne schnitten, ich würde den Lügenbach schnitten. Und sämtliche Politiker dieser Welt in einer Badewanne zu machen, Und wir sehen, heute Abend noch nie in der Dortmund, in einer Badewanne. in einer Badewanne. Polizei In Buckingale ist mit derати Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020